Eine häufig gestellte Frage ist natürlich, kostet dieses Erstgespräch Geld? Das können wir immer verneinen, weil das ist tatsächlich Service. Diese Zeit nehme ich mir gerne, um mit dem Kunden in einem eigenen Garten tatsächlich mal vor Ort und live und in Farbe die Möglichkeiten zu besprechen und die weiteren Gestaltungsstritte abzustimmen. Vielen Dank.